hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten folge von papers bakery und mir francesco und ich bin einfach ein bisschen rumgeklickt und es gibt immer neue sachen die man gar nicht bekommt kannte es gibt wohl sticker ich muss quasi achieve was machen und bekommen dann die stickers und so weiter das haben wir auch das haben wir also wir haben einmal gamisho contestant 100 prozent 100 prozent dann 3 als special coole sache und dann gibt es noch sticker akari hat alle drei sticker und klicken wir mal drauf na sieht doch schon geil aus ach jetzt mal muss ich verstehe das heißt wenn man sticker wenn man die sticker hat kann man die so gesehen an einfachen zeichen halt freischalten also ich wollte gerade einsetzen aber ist ja falsch ja schon mal 17 prozent der der dings ist freigeschaltet was ist das das ist normale info ich weiß ja irgendwie sowas wie achievements gesucht oder so aber einmal können wir noch genau einmal können wir noch sagen genug geguckt gequatscht und weiter 2 1 das ist Eieieiei, jetzt sieht man auch gut aus. Äh, spezielle Dings... Ah, wow, wirklich? Ja, das ist wieder da. Jen-Nen, das ist wieder da. Optimale Bedingungen hier, nicht. Okay, passt. Klemm, der geht irgendwie ein bisschen fest da hinten. Okay. 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 Das war ja auch nicht so prall, ne, hier mit der Füllung und so. Captain Corey, das ist mal Royal Anne. Ach, vielleicht ist man das mal. Warte nochmal. Das... Und dann nix drauf, ne, nix drauf. Dann wollen wir mal zwölf Bananen. Oh Gott, das dauert immer so ewig. Zwei... Moment, zwölf. So, dann nix zwei, das bestimmt so war das genommen. Okay, geil, danke Maus. Meine Fresse. Wie immer das irgendwie da so gerade schräg Dings hinzukommen ist. Boah, das sind Mäuse mit Tasten, mehr Tasten als normal ist nicht immer nice. Ich muss glaub irgendeiner von den Tasten der Riesen angekommen. Okay, das ist wichtig. Du hast es nicht so viele Leute zu tun, aber auch viele Leute zu tun. Ich bin keinem, das ist, weil ich mich nicht so viele Leute zu tun. Ich bin ein bisschen zu tun. Ich bin ein bisschen zu tun. Ich bin hier fertig geworden. Den Wäule mal. Das hier befüllt, das ist echt tricky. Wir können ja schon mal anfangen. Wir müssen noch gleich schnell wieder zurück. Das TPI ist doch voll moral. Wir können noch eine neue Höherstellen. Jetzt war es sein lassen. Fürs Feingefühl und so. Der Spezialer Preis heißt beim nächsten Mal werden wir dann morgen, am nächsten Tag. Ich glaube, es ist ein neues Rezept. Okay, beim nächsten Mal schneller. Das ist noch alles verbesserungswürdig. Wunderbar. 37% Nicht schlecht. Lala, Fruit Filler. Speichern. Ah, Bro, das ist in der Holy Shit. Lala, Fruit Filler. Das wird immer schneller, höher, kniffliger. Ja. Oi. Ne. Ne. Naja. Ne. 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 Aber ich weiß nicht, warum es liegt. Neue Kleidung. Interessant, dekoriere Lobby. Was haben wir da bekommen? Ja, zwei Sticker haben wir eine neue Zürde bekommen. Einmal Bild, wenigstens. Und das. Das ist ja irgendwie ein neues Ding. Ne, ansonsten wäre da so ein Dollarzeichen oder sowas. Aber wir gucken einfach noch mal spontan nach. Ne, maximal bei zwei. Oh, muss ich auch sagen, was für ein Debüt die haben. Karte. Ups. Oh, das wollen die doch gar nicht. Weiter mit Tag 8. Tag 9. Ne, gar nicht. Puh. Nehmen wir jetzt Plantain Crunch als Special. Eivy ist neue Kundin. Toffee Filling. Eieieieieiei. Und Yumnem Cookies. Oh ja, was. Ja, ich weiß. Es gibt Toffee Füllung. Ich dachte.. Ah, klar Toffee Füllung. Oh, äh. War mir auch schon klar. Lass mal ein bisschen ziehen. Ich zieh mal zu kurz. Und Toffee. Hm, yummy, yummy, yummy. Ich bin noch nicht so weit. Macht auch nicht so ne Hektik. Gal Romanus wieder. Kiege... Das perfekt zu treffen ist halt echt nicht einfach. Tschöööööööööööööööööööööö. Übertreiben willst du es aber, oder? Dann Toffee, und dann das Ach du heilige Scheiße. 1 in der Mitte und dann 8 außen. Vielleicht gehen wir sogar noch hin. Da haben wir eins in der Mitte. Cool. Oh, da ist auch nicht gleich mit meinen Rezepten. Ah ja, vor allem schon 100% easy. Das ist der Ego-Wink. Und so müssen wir es probieren. Ich schwöre so schnell. Boah. Boah. Äh. Acht hier in der Mitte. Das war's schon mal. So, muss es einfach sein und machen wir jetzt hier drauf. Das war's schon mal. Ach. Das war's schon mal. Das war's schon mal. Das war's schon mal. Ich geh dann hier rein. Und geh dann hier rein. Ungefähr so. Das war's schon mal. Das war's schon mal. Das war's schon mal. Oh, ja. Übertreiblich. Ähm. Einmal das. Das war's schon mal. ... 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 Ich habe einen Bananen in der Mitte. Dann fliegen wir doch hin. Nein. Was? Perfekt sogar! What? Das bin mir nicht aufgefallen. Erst auf dem zweiten Blick. Holy shit. So muss das sein. Spezielles Rezept. Doppelte Chips. Und das erste Mal. Instant Perfekt. Geil. Also mehr als Felsen hätte man nicht rausholen können. Cool. I like it a lot. Gut. P5. P5. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Cash, Cash, Cash Oh, 4 Punkte, wow E-Mail-Speicher Wow Chili Burks Überforderung Warte mal, warte Warte mal, warte Nein Nein Soll ich auch jetzt hiermit anfangen So Meine Güte Da bin ich auch wo angestellt Rack mit neuer Kleidung Aber das haben wir sogar schon an Was ist im Rück Ah, da, hier Ähm Cherry Cordial Ja Boah 140% Punkte Okay Ich weiß nicht, aber es lohnt sich jetzt schon was gar nicht mehr Ist ja wahrscheinlich nicht immer ganz so lange Ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen Äh, ich hoffe es hat euch gefallen Und ich hoffe es euch hier hinten im nächsten Video wieder Machs gut und bis zum nächsten Mal Tschüss She Tschüss making my body go Make my body go make our bodies higher & higher & higher higher Vielen Dank.